So, mein Lieben, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Michelin Network. Schön, dass du da bist. Episode 17 von meinem Krypto-Experiment, von meinem verrücktes Krypto-Experiment, weil ja, die Altcoins sind wirklich, wirklich verrückt und wenn wir uns die ein oder anderen Altcoins ansehen, dann sind die ersten schon richtig am Durchdrehen. Aber ich möchte das Ganze nicht wirklich hypen, sondern ich möchte es auch neutral betrachten, weil im Jahr 2017 habe ich in vielen verschiedenen Projekten investiert und das natürlich auch so ein bisschen emotional gesehen und dann hat man natürlich auch zwar Geld verdienen können, aber auch sehr viel Geld verlieren können. In diesem Sinne schauen wir uns heute mal ein paar Projekte an und da sage ich dir auch, warum, wieso und weshalb ich in diesen Projekten investiere, warum ich sie mit in mein Krypto-Experiment auch noch mit reinnehme. Meine Denkweise hat sich ja mit der Zeit auch ein bisschen verändert gehabt, weil anfangs im Jahr 2016, 2017, da habe ich auch etwas investiert gehabt in Kryptowährungen und da wollte ich mir sehr, sehr schnell ein Passives Einkommen aufbauen und da habe ich mir einfach ein paar Projekte ausgepickt, nicht nur ein paar, sondern sehr, sehr viele Projekte ausgepickt und ich dachte mir, hey Mensch, alle Projekte werden irgendetwas in naher Zukunft werden. War aber nicht so der Fall, weil die meisten Projekte gingen dann baden und was ich dir sagen möchte ist, ich habe also die Projekte, die ich mit in mein Experiment mit reinnehme, die sind alle mit der Zeit gewachsen und das in einem Bärenmarkt, also nicht in einem Bullenmarkt, also weil in einem Bullenmarkt kann absolut jeder Coin nach oben gehen, aber in einem Bärenmarkt den Bitcoin auch zu performen, das ist natürlich etwas anderes und deswegen schauen wir uns die ganzen Projekte heute mal gemeinsam an. Und viele Menschen fragen mich natürlich, Emanuele, wie packst du das oder wie schaffst du das dann die Kirsche rauszupicken von den Coins, weil nicht alle Coins oder auch nicht alle Marsnode-Coins sind nach oben gegangen. Und mit der Zeit habe ich mir natürlich alle White Paper durchgelesen, ich habe mir natürlich jede, praktisch die Founder rausgepickt oder die Entwickler rausgepickt, habe die richtig ausgequetscht mit Fragen und da konnte ich wirklich so ein bisschen rausfiltrieren, wer dann ein guter Entwickler ist und wer kein so guter Entwickler ist und deswegen habe ich so meinen Fokus drauf gelegt auf die 4, 5 Coins und darauf spezialisiere ich mich auch und ich kann nichts anderes praktisch gesehen so im Kryptomarkt, sondern ich spezialisiere mich voll auf Masternode und deswegen sind die Ergebnisse auch positiv, wenn man das jetzt so sehen mag. Aber im Großen und Ganzen, ich habe schon zu viel geredet, lass uns die Coins anschauen bzw. wenn du bis zum Schluss dran bleibst, gibt es auch eine Kryptoverlosung, diesmal gibt es 40 Dollar fast und deswegen würde ich vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht es weiter. Bevor wir uns die jeweiligen Projekte und deren Ergebnisse bzw. Verdienste ansehen, schauen wir uns erst einmal an, ob wir unmittelbar, vor oder uns sogar in einem Krypto-Hype befinden. Als die große Krise im März diesen Jahres begann, wurden viele Privatanleger extrem unruhig. Einige Menschen verkauften ihre Aktien und investierten stattdessen in Assets, die zum Teil krisensicher waren bzw. sind, unter anderem auch Gold, Silber, Palladium und auch Bitcoin. Bitcoin ist statistisch gesehen das bestperformste Asset diesen Jahres und erst danach kommt Gold. Wenn wir die Google Trends betrachten, so können wir feststellen, dass der Begriff Krypto sich im leichten Aufwärtstrend befindet. Dies ist in meiner Augen die Ruhe vor dem Sturm, denn ich bemerkte in den letzten Wochen, dass immer mehr Händler weltweit Kryptos als Zahlungsmethode akzeptieren. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Kryptomassenadoption in ein paar Jahren stattfinden kann. Es ist schlussendlich nur noch eine Frage der Zeit. In den letzten Wochen gab es bei dem ein oder anderen Coin einen massiven Ausbruch wie zum Beispiel bei BeChain, Crypto.com oder auch Chainlink. Ein paar Masternode Coins konnten ebenfalls enorme Gewinne verzeichnen. Die Frage die sich jetzt stellt ist, sind wir in einem Krypto-Hype? Um ehrlich zu sein denke ich noch nicht, jedoch bewegen wir uns in Richtung Krypto-Hype. Es wird nicht der gleiche Hype sein wie im Jahr 2017, da der Markt jetzt auch etwas reifer und weniger volatil ist. Außerdem gibt es Coins, die im reellen Leben anwendbar sind und es auch Sinn macht in diese zu investieren. Zusätzlich möchte ich aber auch anmerken, dass wir bei solchen Kursausbrüchen nicht emotional reagieren dürfen. Ganz im Gegenteil, wir sollten kritisch sein und uns hinterfragen, warum der Coin gestiegen ist und das Ganze analysieren, bevor wir in etwas investieren. So, lass uns jetzt über die jeweiligen Coins und deren Ergebnisse bzw. Performance und Erträge ansehen. Das erste Projekt, das mir technisch sehr sehr gut gefällt ist Alco. Alco selbst basiert und funktioniert auf deren eigenen Blockchain, die sich Falco nennt. Ihre Vision ist es die Massenadoption voranzutreiben, indem sie Händler die Möglichkeit bieten Alco direkt in ihren Shop zu akzeptieren. Es kommt aber noch besser. Um die Risiken für den Händler zu minimieren, werden sie auch Crypto-to-Fiat-Payments einschalten. Das heißt, dass der Kunde in Crypto bezahlt, der Händler jedoch Stablecoins empfängt. Dies schließt also schon mal die Volatilitätsdiskussion aus. Der Hauptfokus von Alco ist aber ihre Exchange Bitfinian. Die Exchange ist ziemlich frisch und wurde erst vor ein paar Tagen gelauncht. Die Exchange schaut wirklich benutzerfreundlich aus und falls du traden möchtest, dann solltest du deren Homepage besuchen, exchange.bitfinian.com. Nachdem die Exchange angekündigt wurde, verdoppelte sich der Preis von Alco nahezu. Da die Entwickler von Alco ständig am Entwickeln sind, gehe ich davon aus, dass der Coin in naher Zukunft erfolgreich sein kann. Fazit zu Alco. Der Coin hat solide Entwickler und ist preistechnisch gesehen im leichten Aufwärtstrend. Diesen Freitag werden wir im Crypto Friday den CEO von Alco, Jared, als besonderer Gast mit dabei haben. Das heißt, schalte ein, diesen Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit geht's los. Der nächste Coin, den ich heute dran nehme, ist Snowjam. Snowjam ist ein Fork von Zcash und seit über zweieinhalb Jahren auf den Markt. Der Grund, warum ich Snowjam mit auf meiner Liste gepackt habe, war der, dass sie in den nächsten Tagen ihre eigene Debitkarte launchen werden. Die Entwickler von Snowjam haben extra eine Snowpay App inklusive der Debitkartenintegration entwickelt, bei dem wir unsere Snowpay Debitkarte aufladen und zusätzlich auch Kryptowährungen in andere Kryptos umwandeln können. In den nächsten Tagen können Beta-Tester die Snowpay Mastercard ausgiebig testen. Es werden insgesamt 100 Karten für den Start vergeben. Sollte alles reibungslos laufen, werden ca. 1000 Karten an die Masse rausgeschickt. Ich werde auch einer der Beta-Tester sein und freue mich schon extrem auf die neue Snowpay Debitkarte. Preistechnisch ist Snowjam wirklich sehr unterbewertet. Aktuell kostet eine Masternode rund um die 350 Dollar und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen die Nachfrage drastisch steigen wird. Es würde mich also nicht wundern, wenn eine Masternode sehr bald 700 oder 800 Dollar kosten wird. So meine Lieben, hier schauen wir uns erstmal das Snowpay Wallet von mir an und aktuell haben wir 119.307 Coins, wie du es hier auf der linken Seite sehen kannst, sind insgesamt 4.229 Dollar. Also ein Coin kostet aktuell 0,035 Cent, also der Preis hält sich relativ stabil und ich werde jetzt da noch 700 Coins dazu kaufen, damit ich dann die nächste Masternode starten kann. Also eine Masternode kostet aktuell 350 Dollar. Es kommen am Tag also ca. 120, 130 Coins rein, was wirklich nicht schlecht ist. Also wir klicken hier einmal auf Transaktionen und somit sehen wir hier, wie viele Coins wir am 14. generiert haben. Also es ist heute, wir haben jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich habe bisher 70 Coins erhalten, wenn wir zum Beispiel den 13. ansehen, dann haben wir zum Beispiel hier 2, 4, 6, 8, 9, 10. Also es kommen immer so zwischen 90 und 100 Coins am Tag rein. Also wenn wir zum Beispiel das monatlich ausrechnen, werden es dann 3000 Coins. Natürlich bin ich hier noch weiterhin am Aufbauen, weil es ist jetzt nicht so eine Masternode, die wirklich viel ausspuckt, ist aber auch besser so, weil wir dann weniger Coins auf der Exchange haben. Also das heißt, die Inflationsrate ist dann nicht so hoch. Aber es schaut relativ interessant aus, das Ganze. Also der Coinpreis steigt und steigt. Also ich sehe das Ganze auch langfristig, ich habe ja schon gesagt gehabt, dass ich Ende des Jahres auch noch eine Million Snowjam Coins erreichen möchte. Also ich bin jetzt schon bei 120.000. Also wenn der Preis dann noch mitspielt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber wir werden uns gleich in den nächsten Minuten den nächsten Coin anschauen und da wirst du auch ziemlich, ziemlich krasse Ergebnisse sehen. Von dem her ist es mit Masternodes wirklich einiges machbar, aber man braucht natürlich auch ein bisschen Geduld bei so einem Coin. Und wenn natürlich hier die Snowpay Debit Karte rauskommt, dann gehe ich davon aus, dass die Nachfrage steigen kann oder steigen wird zum Teil, weil nicht so viele Krypto-Unternehmen oder beziehungsweise Krypto-Coins eine eigene Karte haben. Zumindest eine Karte haben, die funktioniert. Von dem her denke ich, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Also ich würde an deiner Stelle Snowjam auf jeden Fall im Blickfeld behalten. Entschuldige. Und ja, das war's zu Snowjam. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Coin. Der nächste Coin, der in meinen Augen unterbewertet ist, ist BitGreen. BitGreen ist ein Coin, das schon seit über zweieinhalb Jahren auf dem Markt ist und ein sehr interessantes Konzept hat und zwar das grüne Verhalten inzentivieren. Richtig, die Vision von den Foundern ist es, die Welt grüner durch die Blockchain zu gestalten. In den nächsten Tagen wird ihre mobile Applikation erscheinen. Durch die mobile App können User sämtliche Tasks, Aufgaben erledigen und dafür in BitGreen entlohnt werden. Auf impact.bitg.org werden sämtliche Services angezeigt, unter anderem Folding at Home, Earthday, Apple Health und Google Fit sowie Tesla. BitGreen ist, was das Technische angeht, in den letzten zwei Jahren enorm gewachsen und ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten Jahren weiter wachsen werden. Doch BitGreen möchte sein Ecosystem nicht nur durch Services ausbauen, sondern auch durch Akzeptanz. Ihr Ziel ist es, bis nächstes Jahr über 5000 Händler Akzeptanzen zu haben. Dies ist ein realistisches Ziel in meinen Augen. Ein Teil ihrer Hausaufgaben konnten sie schon erledigen, da sie schon in Shopify integriert wurden. Einige Shops akzeptieren schon BitGreen und das ist schon in meinen Augen ein riesiger Schritt Richtung Massenadoption. BitGreen hat seit Jahresbeginn eine solide Performance abgelegt und ist seitdem um 200% gestiegen, was den Satoshi Wert angeht. In US-Toller gerechnet sogar um 300%. Fazit. BitGreen ist ein Coin, das langfristig enorm wachsen kann, dass sie sich nicht nur auf den Kryptomarkt, sondern auch auf den außenstehenden Markt konzentrieren und wertvolle Kontakte und Partnerschaften knüpfen. Halte BitGreen definitiv im Auge, denn eine Masternode für 650 Dollar ist meines Erachtens noch ziemlich unterbewertet. Und jetzt halte dich fest. Jetzt spreche ich über einen Coin, der meine Erwartungen bisher übertroffen hat, und zwar Divi. Wie ich schon in meinen letzten Episoden erwähnte, ist Divi die Masternode mit dem stärksten Potenzial. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Das größte Problem, das Krypto im Allgemeinen hat, ist die Komplexität und die Adoption. Die meisten Coins sind nicht einfach zu verstehen und deshalb ist die Hürde für die meisten Menschen zu groß. Aber nicht, weil Krypto schlecht ist, nein, sondern weil die meisten Coins einfach nicht benutzerfreundlich sind. Divi hingegen möchte es genau umgekehrt machen. Sie möchten Krypto für jeden zugänglich machen und die Einschicksbarrieren einfach entfernen. Durch die DiviPay-Applikation, die in den nächsten Wochen veröffentlicht wird, können Menschen einfach und nur mit einem Klick mit einer Kreditkarte oder Debitkarte Bitcoin und Divi über die DiviPay-App erwerben. Aber das ist lange noch nicht alles, denn mit der DiviPay-App können IBAN-Transaktionen, Kryptos in Fiat getauscht werden und vieles, vieles mehr. Divi wird zusätzlich eine eigene Debitkarte besitzen, die auch direkt in der DiviPay-App integriert wird. Es gibt nicht so viele Coins, die solche Services anbieten. Die einzigen, die mir bekannt sind, sind Coinbase und Krypto.com. Vom Investor-Standpunkt gesehen hat Divi noch extrem viel Luft nach oben. Noch vor ein paar Tagen hatte Divi noch eine Kapitalisierung von 82 Millionen US-Dollar und heute sind sie schon über 130 Millionen US-Dollar. Wenn wir uns aber Krypto.com ansehen, so sehen wir, dass das Projekt über 2 Milliarden schwer ist. Sollte Divi in den nächsten Wochen eine funktionierende DiviPay-App rausbringen, so erwarte ich definitiv neue Höhen. Divi befindet sich aktuell am Anfang vom Hype und ich bin mir da sicher, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ein Teil ihrer Hausaufgaben konnten sie schon erledigen, da sie aktuell 2 Banklizenzen besitzen und die DiviPay-App kurz vor dem Beta-Lounge steht. Dies ist aber jedoch keine Investment-Aufforderung, denn du solltest nur das investieren, was du bereit bist, vollständig zu verlieren. Divi kann problemlos auf verschiedenen Exchanges erworben werden und ich nutze unter anderem Bittru und xbt.pro. Unter diesem Video findest du natürlich die Links dafür. Aber jetzt schauen wir uns die Resultate bzw. die Dividenden an. So meine Lieben, hier sehen wir uns meine Divi Desktop Wallet an und wie du hier sehen kannst, ich habe hier auf der linken Seite 4,203 Millionen, also das sind insgesamt 335.000 US-Dollar. Also ich bin wirklich sprachlos, was hier mit Divi in den letzten Tagen bzw. in den letzten Stunden passiert ist. Der Preis hat eine mächtige Preissteigerung erleben können und auf der rechten Seite haben wir hier 3920 Coins, die wären 313 US-Dollar wert. Also das passive Einkommen ist jetzt exponentiell gewachsen und ich gehe davon aus, dass Divi demnächst auch weiterhin steigen kann. Also ich gebe ja zwar keine Garantien auf meine Aussagen, aber wenn ich mir das Ganze jetzt so ansehen mit der Divi per App und dem ganzen Hype, das dahinter steht bzw. auch mit der neuen Marketingkampagne, da denke ich, dass noch, ja sagen wir mal, sehr viel Luft nach oben ist, aber man sollte sich natürlich das Ganze in Ruhe anschauen, analysieren und natürlich seine Risiken kalkulieren. Also ich möchte hier niemanden dazu zwingen, in Anführungszeichen Divi Coins zu kaufen. Aber lass uns erst mal kurz hier in der Historie ansehen, was sich so getan hat und was hier auf täglicher Basis mal reinkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Historie drücke und einmal auf Rewards, da sehen wir zum Beispiel hier am 14., da kamen hier 2, 4, 6, 7 Stakes rein, aber lass uns erst mal kurz weiter runter scrollen, also wir klicken hier mal auf 250, damit wir hier ein bisschen mehr sehen, dann klicken wir weiter runter, fangen wir mal ab dem 10. an, weil das sind jetzt insgesamt 4 Tage, also am 10. kamen hier 3 Stakes rein, also das ist relativ wenig, dann haben wir hier am 11., wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach oben scrollen, dann haben wir 2, 4, 5, also sind 5 Stakes reingekommen, also 5 mal 5 sind knapp 2700 Coins, die reingekommen sind am 11., dann haben wir hier am 12., 2, 4, 6 Stakes, dann gehen wir weiter hoch, am 13. sind hier 2, 4, 6 Stakes reingekommen, ja also im Schnitt kommen aktuell 6 Stakes rein, ist ein bisschen weniger geworden, weil es auch ein bisschen mehr Masternodes drin sind, also wenn wir zum Beispiel hier das Ganze mal kalkulieren, sagen 540 mal 6 Stakes am Tag, das heißt es würden dann am Tag so circa 3.240 Coins reinkommen im Schnitt, jetzt rechnen wir mal einen Schnitt aus und aktuell kostet ein Divi 0,08 Cent, das heißt also, man würde hier 259 Dollar am Tag verdienen, wenn wir das jetzt mal 30 nehmen, dann wären wir bei 7.776 USD jeden Monat, wenn natürlich der Preis so bestehen bleibt, beziehungsweise wenn der Preis hochgeht, dann geht natürlich das passive Einkommen hoch, also wie gesagt, das macht schon richtig, richtig Spaß mittlerweile und die Coins, die ich dann verdiene, die gehen dann meistens in Staking, also das heißt, die Coins kann man dann natürlich auf einer neuen Wallet rüber schicken, in Anführungszeichen und somit kann man natürlich auch die Coins staken, aber man kann natürlich so mit den Verdiensten dann machen, was man möchte, aber wie ich schon gesagt habe in meinen letzten Episoden, ich bin so ein Mensch, der in Kryptos investiert, in Kryptos glaubt und natürlich auch mit teilnimmt an der ganzen Geschichte, auch mit der Massenadoption und ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, aber wie gesagt, jeder soll dann seine eigene Recherche betreiben, ich werde weiterhin Gas geben, ich werde weiterhin mein Portfolio ausbauen, auch mit anderen Coins, also wie du gesehen deine kontaktieren und in diesem Video findest du all meine Kontaktdaten. So meine Lieben und jetzt machen wir weiter mit der Verlosung, weil ich denke, ich habe jetzt schon eigentlich zu viel geredet und zwar wir nehmen jetzt diesen Link von der Episode 16, also vom letzten Experiment. Also mal vielen, vielen lieben Dank für euer Support, für die Likes und für die Kommentare und für die Shares, vielen, vielen lieben Dank für euer Support wirklich. Ich nehme jetzt hier einmal diesen Link, ich kopiere es mal und ich gehe jetzt mal auf YouTube Comment Picker und wir werden mal sehen, wer der Gewinner ist, ich klicke mal hier und get YouTube Comments, das sind insgesamt 20 Kommentare, das werden immer mehr, das freut mich natürlich sehr und wir werden mal sehen jetzt, wer der Gewinner und die glückliche Gewinnerin ist. Hi Mo, herzlichen Glückwunsch, du hast die 500 Divis gewonnen, ich schicke dir die Divis gleich raus, mach was draus, happy earnings und viel Glück beim nächsten Mal. So mein Lieben, das war es von mir, ich hoffe dir hat dieses Video gefallen, das war meine Episode Nr. 17, ich hoffe ich konnte dir ein bisschen Mehrwert mitgeben und wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, dann gib mir Bescheid, ich bin natürlich mit den ganzen Entwicklern und mit den ganzen Founders immer in Kontakt und versuche immer das Beste draus zu holen. Du kannst natürlich auch unsere Hosting-Plattform besuchen, www.cryptoselfed.com, da kannst du deine Masternode hosten, also mit einem Klick kannst du sofort deine Masternode hosten, deine Coins bleiben bei dir und du kannst es natürlich weiterempfehlen, wenn du es natürlich möchtest, wenn nicht, dann hoste einfach nur deine Masternodes. Und wie gesagt, Fazit zu Masternodes, zu den Coins, es gibt den ein oder anderen Coin, der sehr gut performt, unter anderem auch Divi, unter anderem jetzt auch Chainlink, es gibt auch viele verschiedene Coins, aber nicht allzu viele Coins performen gegenüber den Bitcoin gut. Also das heißt, man muss sich wirklich die Kirschen auspicken und natürlich das Beste daraus machen. Wir sind noch in der Aufbauphase, es braucht noch ein bisschen Zeit, also Divi noch mit seiner Divi Pay App, Bitcoin kommt noch mit seiner Applikation raus, Snow Pay muss seine Applikation richtig rausbringen mit der neuen und mit dem Swap-System, beziehungsweise natürlich auch mit der Debitkarte. Also ja, wir brauchen noch so ein paar Wochen, bis da so richtig alles so in Gang kommt, aber dann wird dann auch Nachfrage geschaffen, beziehungsweise es werden dann immer und immer mehr Leute auf den Zug drauf springen, weil natürlich wünscht sich jeder, absolut jeder passives Einkommen, aber passives Einkommen baut man über die Jahre auf und nicht über ein paar Tage oder über ein paar Monate, weil es hat bei mir auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich mir dann ein paar Standbeine aufgebaut habe, aber langsam, langsam, man muss natürlich nicht gierig werden oder nicht gierig sein, sondern sich auf gute Projekte fokussieren, daran glauben und die Massenadoption pushen und dann sieht das Ganze auch ganz, ganz anders aus. Ich habe jetzt an sich schon zu viel geredet, wir machen dann mit der nächsten Verlosung weiter, ich habe es ganz vergessen gehabt, also ich mache es hier spontan, also du hast die Möglichkeit 500 Divis zu gewinnen, also ganz wichtig, like diesen Stream, kommentiere mit, ich möchte 500 Divis plus deine Adresse, Nr. 3, teile dieses Video weiter und Nr. 4, abonniere meinen Kanal, damit du immer auf dem neuesten Stand bist. An dieser Stelle war es von mir, ich wünsche dir das Beste, macht das Beste draus und wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, kontaktiere mich und wir sehen uns in der nächsten Episode. Alles Liebe, alles Gute, schalt ein am Freitag, da ist Crypto Friday, das ist der Jad mit dabei von Alco, ansonsten war es das von mir, ich wünsche dir alles Gute, damit schon ein Network Happy Earnings, bis bald, ciao, ciao.